Seit knapp zwei Monaten ist es nun schon unterwegs. Das Handwerkermobil der Handwerkskammer Cottbus. Anders als der Name vermuten lässt, gibt es in dem Fahrzeug aber weder Werkzeug noch Baustoffe. Es ist vielmehr eine Geschäftsstelle auf Rädern und damit einzigartig in ganz Brandenburg. Jeweils zwei Mitarbeiter sind so im gesamten Kammerbezirk unterwegs. Sie beraten Firmen, besuchen Schulen oder bieten Weiterbildungsmöglichkeiten. Letzteres war heute der Fall. André Schellhase und Glenn Skohle haben nämlich vor dem Obeta-Elektro-Großhandel in der Gubener Straße halt gemacht. Hier sprechen sie direkt Facharbeiter aus der Elektrobranche an. Obeta haben wir uns heute ausgesucht, weil hier die ganze Elektro-Kundschaft herfährt. Das sind alles unsere Mitgliedsbetriebe. Da sind junge Leute dabei, da sind gestandene Meister dabei, die wir beraten wollen zu aktuellen Weiterbildungsmöglichkeiten, vielleicht auch zur Nachfolge, dass wir einfach ins Gespräch kommen. Der Obeta-Elektro-Großhandel ist ein Anlaufpunkt für Elektriker aus ganz Cottbus. Hier decken sie sich mit Arbeitsmaterial ein. Mit entsprechend vielen Handwerkern kommt die HWK so in Kontakt. Ich finde es klasse, weil Fachkräfte brauchen immer das Land. Und wenn sie sich hier so engagieren, ist es nur gut für die Wirtschaft und alles drum und dran. Die Handwerkskammer bietet mit diesem Infomobil natürlich eine sehr breite Fläche. Man kann halt in Schulen fahren. Man kann sich hier bei uns als Elektro-Fachkurshandel natürlich mit den Kunden direkt gleich unterhalten. Noch ist das Projekt in der Testphase. Das erste Fazit nach zwei Monaten ist aber positiv. In den nächsten Wochen ist das Handwerkermobil unter anderem in Elsterwerder, Königswusterhausen und Vetschau unterwegs. Bis zum nächsten Wochen. Untertitelung des ZDF, 2020